Moin moin, der Last Epoch Release rückt näher, theoretisch in einer Stunde geht's los. Und ich habe jetzt inzwischen schon selbst einiges an Spielzeit gesammelt und möchte euch heute einfach mal ein paar Tipps teilen, die ich für mich auch so in Erfahrung gebracht habe, die sehr nützlich sind. Und es geht los mit Tipp Nummer 1, es geht um die Mastery. Ihr habt ja mit jeder Klasse verschiedene Masterys im Skilltree und ihr müsst sehr früh im Spiel in der Kampagne euch für eine entscheiden. Und tatsächlich kann man diese nicht wieder verlernen. Also das ist ein bisschen ärgerlich, ich weiß auch nicht warum das so ist, aber ihr müsst euch also schon ein bisschen vorher mal damit beschäftigen, welche Mastery ihr am Ende spielen wollt, weil das schon extrem entscheidend ist für den ganzen Bild. Und ihr könnt es nicht mehr ändern, das heißt lieber früh mal kurz Gedanken machen, bevor ihr das dann bereut. Tipp Nummer 2, es geht um jetzt die Skills, die man aktiv benutzt. Und dort ist es schon so, dass man auf jeden Fall da auch mal viel probieren kann. Rechts unten in dem Bild seht ihr das, wie so ein Skilltree aussieht und da müsst ihr bei einer Sache aufpassen. Wenn ihr dort die Skills verlernt, also den Skill komplett durch einen anderen ersetzt, dann hat er natürlich nicht mehr dasselbe Level. Ich könnte beispielsweise schon Level 17 Skill drin haben, dann verlerne ich den und packe einen anderen rein, auf einmal ist er nur noch Level 10. Und das seht ihr, wenn ihr auf den Skill drauf klickt, das was ich da rot eingekreist habe, da steht nämlich das Minimum Level und dieses Level ist das, was ihr dann bekommt, wenn ihr den Skill ändert. Wenn ihr nur einzelne Punkte verlernt in diesem Skilltree, dann müssen auch die wieder nachgelevelt werden. Also ich bin Level 17 wieder in dem Beispiel und verlerne zwei Punkte, dann kann ich die nicht sofort wieder neu verteilen, sondern muss erstmal den Skill wieder leveln. Das geht aber dann relativ fix später, wenn man schon auch Monolithen und so weiter farmt. Das heißt, ich würde trotzdem euch anregen, da ganz viel rumzuprobieren. Also ich habe auch immer und immer wieder da meine Skills geändert. Zu dem Thema Mastery gibt es aber noch was sehr Interessantes, denn in diesem Skilltree hier habt ihr ja verschiedene zur Auswahl und ihr habt ja nur einen dieser Skilltrees als Mastery. Aber ihr könnt trotz allem die anderen Skilltrees skillen. Ihr seht jetzt hier in diesem Bild nämlich den einen Skilltree, den ich nicht als Mastery habe und der einzige Unterschied ist eben, dass da diese Kette in der Mitte ist und über die kommt man nicht hinaus. Aber trotzdem kann man alles skillen, was vor der Kette ist, obwohl man das nicht als Mastery hat. Und da sind in der Regel immer irgendwelche guten Skills versteckt noch. Es geht nicht mal darum, dass man die aktiven Skills unten freischaltet, aber einfach die Boni von den Passiven, die dort sich verstecken, sind für viele Builds so gut, dass man dann trotzdem auch aus den anderen Skilltrees welche mitnehmen sollte. Tipp Nummer 4. Jetzt geht es los, wenn ihr die Kampagne einmal fertig habt, dann farmt ihr ja in der Regel erstmal Monolithen. Und dort habe ich am Anfang auch relativ viel Zeit verplempert, denn so hier sieht nämlich diese Monolithen-Map aus und ich bin dann natürlich erstmal nach links und nach rechts und wollte jeden machen, aber das solltet ihr nicht, ihr solltet so schnell wie möglich zu den letzten Monolithen, die hier, also diese rote Linie, die ich eingezeichnet habe, ist dann der schnellste Weg und dort, wo die gelben Kreise sind, sind dann drei Level 90 Monolithen und die drei müsst ihr alle abschließen, also dass die drei Quests dort erledigt sind und dann müsst ihr wieder in die Mitte zu dem gelben Kreis dort, wo die Linien aufeinander stoßen und dort gibt es dann etwas zum Auswählen, damit ihr dann alle Monolithen empowert und danach könnt ihr nämlich wieder zurückgehen mit dem niedrigen Level und diese auch mit Level 100 machen, also die Monster-Level steigen dann dort und erst dann lohnt es sich überhaupt, diese ganzen Monolithen, die ihr am Anfang nur schnell gemacht habt, nochmal gründlich zu farmen. Und zwar vor allem, weil es dort ja diese Sägen gibt und auch mit den Sägen ist es nämlich ganz wichtig, dass ihr dann diese Empowered Monolithen farmt, weil die Sägen dann besser sind. Also hier in dem Screenshot seht ihr die Sägen, bei jedem dieser Monolithen gibt es ja unterschiedliche und wenn das einer dieser Empowered Monolithen ist, dann rollen die Werte von den Sägen viel, viel höher. Deswegen würde ich am Anfang überhaupt noch gar nicht wegen der Sägen diese Monolithen machen, sondern wirklich erstmal die freispielen, dass ich die Level 100er Version farmen kann. Und hier zum Beispiel das, was ich für mein Bild ganz dringend brauchte, ist die Rüstung beim Kanalisieren und das will ich natürlich dann erstmal schon mit der besseren Variante und nicht mit der schlechten. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass euer Bild diese hunderter Dinger überhaupt farmen kann. Ja und taktisch gesehen ist es dann auch sinnvoller, einen Monolith erstmal richtig zu farmen und dort die Korruption zu steigern und nicht alle gleichzeitig, denn die Monolithen, die dann noch keine Korruption haben, die werden dann viel, viel schneller leveln mit der Korruption, wenn einer von euch schon sehr, sehr hoch ist. Das ist so eine Aufholmechanik. Das heißt, die bekommen dann einfach, weil sie schon sehr viel Abstand zu eurem Höchsten haben, deutlich mehr Korruption. Ihr sucht euch also einen Monolith am Anfang aus, der sich lohnt und pusht den in der Korruption. Und welchen solltet ihr euch da aussuchen? Da gibt es nämlich auch wieder etwas Wichtiges und zwar gibt es die Seite lastepochtools.com und dort hier links seht ihr nämlich diese ganzen verschiedenen Monolithen und jeder Monolith hat nämlich andere Belohnungen. Natürlich sind die Blessings sowieso anders, aber es geht jetzt vor allem um die Items, die da droppen. Ihr habt beispielsweise hier bei dem Ending the Storm, habt ihr Handschuhe, Unique und Set Handschuhe. Wenn für euren Bild irgendwie ein bestimmtes Unique wichtig ist, wie zum Beispiel bei meinem Runemeister-Bild, da brauche ich Rüstung, dann würde ich jetzt hier erstmal durchgehen. Oh, ich habe es schon gefunden und zwar Blut, Frost und Tod. Hier sind nämlich die ganzen Rüstungen dabei und die, die ich brauche, müsste dann vielleicht hier auch mit vorkommen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, muss ich nochmal recherchieren, ob die hier dabei ist. Es sind ja nicht alle Items dabei, also nicht alle Rüstungen im Spiel. Es gibt nämlich immer noch ein paar, die nur exklusiv bei Bossen droppen und auch das steht aber hier mit dabei. Hier sind nämlich Boss-Items, das heißt die Bosse in den Monolithen können auch nochmal bestimmte Items droppen, die man dort dann zielstrebig farmen kann. Ihr solltet also wirklich hier einmal euch auf der Seite ein bisschen umschauen, welche Items ihr braucht und dann diesen einen Monolith erstmal pushen in der Korruption. Mit meiner Bogenschützin zum Beispiel hätte ich auf jeden Fall den hier genommen, weil hier die Unique Bögen droppen können. Da ist zum Beispiel der, den ich brauche auch dabei. Der heißt Relcors Kompass und den würde ich natürlich dann auch gerne mit legendärem Potenzial finden und so weiter. Deswegen hätte ich jetzt hier diesen Monolith erstmal hochgepusht. Nur als Beispiel. Ja. Dann geht's weiter. Wenn ihr was anderes mal machen wollt, außer Monolithen, gibt's da auch nochmal eine sehr schöne Beschäftigung. Und zwar immer, wenn ihr dann genug Gold gesammelt habt, dann und zwar so bei ungefähr mindestens einer Million Gold, so mache ich das aktuell. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die richtige Variante ist oder nicht. Aber dann solltet ihr diesen Dungeon hier farmen, den Lightless Arbor auf Englisch. Es gibt ja nur drei, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Und dort kann man sein Gold ausgeben, indem man da gerade diese Entscheidung trifft. Und ich brauchte zum Beispiel einfach mal einen Batzen Exalted Items, damit ich mal meinen Gear ein bisschen verbessern kann. Hab dann hier insgesamt 600.000 Gold ausgegeben und immer nur die Optionen angeklickt, die mir irgendwie mehr Exalted Items geben aus den Truhen. Und am Ende kam dann hier das raus. Und da habe ich auf jeden Fall ein paar Upgrades für meine Items gefunden. Also immer, wenn ihr eine Million plus Gold habt, könnt ihr dorthin zu diesem Dungeon und dort mal am Ende die Belohnung einsacken. Wenn ihr sogar Uniques wollt, dann könnt ihr sogar noch mit viel mehr Gold rechnen. Also da gibt es teilweise sehr teure Sachen, die man dort auswählen kann. Also manchmal braucht man auch viele Millionen. Aber das ist auf jeden Fall interessant, dass man dort dann sein Gold verwerten kann. Also Gold ist auch wirklich wichtig dann in dem Spiel dadurch. Weiter geht es mit Tipp Nummer 7. Es geht um magische Items. Und das habe ich auch am Anfang, als ich losgelegt habe, ein bisschen vernachlässigt. Denn magische Items sind gerade so in dem frühen Spiel oder im mittleren, sage ich mal, deutlich besser in der Regel als Rare Items. Zumindest war das bei mir jetzt oft so. Denn bei magischen hat man ja den Vorteil, dass dort weniger Eigenschaften sind. Und für dieses Craft-System, was wir gerade haben, ist das sogar besser. Weil man ja dann zwei Eigenschaften, die man wirklich möchte, noch hinzukraften kann. Wenn man ein Rare Item hat, wo schon vier Eigenschaften sind, ist es viel, viel schwieriger, die dann zu ersetzen durch die Eigenschaften, die man will. Natürlich kann man auch ein Rare finden, wo alle Eigenschaften passen. Aber das ist halt selten. Und deswegen ist es am Anfang viel, viel besser, einfach ein magisches mitzunehmen, wo schon zwei Eigenschaften drauf sind, die man mag. Und die noch mit zwei anderen zu ergänzen, die man dann eben auch mag. Und das ist eben nicht so schwierig. Ich habe also auch jetzt hier meine besten Items am Anfang in der Regel so erstmal als magische Basis gehabt. Und die dann einfach beim Craften verbessert. Und deswegen müsst ihr dann auch bei eurem Loot-Filter aufpassen. Und da sind wir bei Tipp Nummer 8. Der Loot-Filter. Auch wenn es hier groß und fett eigentlich dasteht, will ich das nochmal sagen. Die Reihenfolge der Filter, die ihr hier reinhaut, ist entscheidend. Denn die oberen überschreiben die unteren. Ich habe zum Beispiel jetzt hier ganz unten, da blende ich fast alle magischen und weißen Items aus. Also da sind 22 Kategorien, die ich einfach erstmal komplett ausblende, wenn sie magisch und weiß sind. Aber weiter oben habe ich eine Kategorie, die heißt Neueinfärben. Und dort sind alle Gegenstände mit bestimmten Affixen drin. Ich habe dort 9 Affixe ausgewählt, die bei mir besonders wichtig sind. Und jetzt wäre das nämlich so, weil die weiter oben ist die Regel, würde mir auch ein magisches Item, was eins dieser Affixe drauf hat, angezeigt werden. Obwohl ich weiter unten alle magischen ausblende. Damit könnt ihr ganz, ganz simpel euren Loot filtern. Ja, das macht ja ein Loot-Filter. Aber es ist wirklich nicht kompliziert. Ihr müsst euch nichts runterladen oder so. Das Einzige, was ihr mal wissen müsst, ist, welche Affixe braucht ihr eigentlich? Also ihr könnt gerne auch nach Guide spielen. Schaut aber kurz mal bei dem Endgame-Gear, welche Affixe sollten da so drauf sind auf den Items. Dann klickt euch mal die wichtigsten zusammen. Dann werden die Items wie bei mir jetzt rot gefärbt. Und dann könnt ihr entspannt looten. Und auch wichtig, die magischen auch im Endgame sind trotzdem wichtig, weil ihr ja die magischen beim Schmied verwerten könnt. Nicht wie in Diablo 4, dass ihr dann irgendwelche Eisenerze bekommt, sondern ihr bekommt ja die Affixe, die auf dem Item sind, dann als Splitter. Und dann heißt das auch wieder, dass die magischen sehr wichtig sind, weil die ja auch, wenn sie nur zwei Eigenschaften haben, können sie die haben, die sehr selten sind und die ihr gerade noch braucht als Affix-Shards. Also gebt ihr die zum Craften, verwertet die mit der Rune, im Englischen heißt das Shattering, und bekommt die Affix-Splitter und könnt die dann auf eure Rares draufhauen. Also das ist also ganz wichtig, dass ihr die magischen nicht einfach ausblendet im gesamten Spiel, sondern die sind super wichtig. Der nächste Tipp, wir sind schon bei Tipp Nummer 9. Wir bleiben jetzt beim Craft-System. Und das Craft-System ist ja super simpel. Aber eine Sache hatte ich am Anfang auch erstmal falsch gedacht, und zwar geht es um diese Sache hier, die Glyph of Despair. Sorry, ist gerade bei mir Englisch. Gibt ja nicht viele Glyphen, ihr findet die bestimmt schnell. Und die kann Affixe versiegeln. Und ich habe hier gedacht, dass der Hauptsinn von dem Ding ist, dass ich einen geilen Tier 5 Affix damit versiegeln kann. Versiegeln heißt, dass der Affix dann runterrutscht und der Affix-Slot frei wird. Trotzdem bleibt die Eigenschaft auf dem Item. Also das kann dann 5 Eigenschaften haben statt 4. Und ich dachte eben, dass ich das gerade immer auf die beste Eigenschaft nutzen muss, damit die versiegelt wird und ich dann noch eine neue Eigenschaft draufhauen kann. Aber so ist es eigentlich nicht, denn man sollte die am Anfang gerade anders nutzen, diese Glyphe. Und zwar sieht das nämlich so hier aus. Eine Eigenschaft, die Chance, dass die versiegelt wird, die sinkt und sinkt und sinkt, je höher die Eigenschaft ist vom Tier. Und bei einem Tier 1 Affix hat man 84%, dass die versiegelt wird. Aber wenn die Tier 4 ist, hat man nur noch 12. Also klar, man kann das versuchen, eine richtig gute Eigenschaft, die schon Tier 4 ist, zu versiegeln. Wenn man Glück hat, umso besser. Aber viel besser ist es am Anfang so, also am Anfang vom Endgame, dass man bei Items, die eh schon gut sind, die nutzlose Eigenschaft versiegelt. Damit die runterrutscht und der Platz frei wird und ich dann eine Eigenschaft meiner Wahl drauf craften kann. Das ist nämlich viel, viel sinnvoller. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich habe hier den Helm, den ich trage. Der ist richtig geil. 3 Multishot, 10% Schaden pro Pfeil mit Multishot und so weiter. Und jetzt habe ich dort aber physische Resistenzen versiegelt. Die waren nämlich nur Tier 1 und habe dadurch dann nochmal 11% mehr Hitpoints drauf craften können, weil dann dort der Platz frei wurde. Man kann natürlich auch eine Eigenschaft zufällig ersetzen, aber bis da was Gutes rauskommt, ist einfach zu unwahrscheinlich. Und das ist die Herangehensweise, wie man dann sicher noch eine gute Eigenschaft drauf craften kann. Und so habe ich das dann bei jedem meiner aktuellen guten Items gemacht. Im super, super Endgame sieht das vielleicht anders aus der Prozess, aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig beim Craften, damit man das ja richtig macht. Und der allerletzte Tipp, es geht nochmal kurz um die legendären Items. Und das sind Unique Items mit legendärem Potenzial. Das sind dann Items, also Unique Items, die noch zusätzliche Eigenschaften drauf bekommen von euren Rare oder Exalted Items. Ich glaube sogar nur Exalted, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall kann man das Unique dann kombinieren mit einem anderen Item und dann werden, je nachdem wie viel legendäres Potenzial da drauf ist, zufällige Eigenschaften übernommen von dem Item und auf das Unique transferiert. Hier in dem Fall seht ihr die zwei roten Eigenschaften, die sind also von einem anderen Rare oder Exalted Item gekommen. Und das heißt, hebt euch Exalted Items auf, die ihr jetzt gerade nicht mehr tragt, aber die mal richtig gut waren, einfach nur, damit ihr dann, wenn ihr Uniques findet, die verschmelzen könnt. Ich habe nämlich auch den Fehler gemacht, dass ich diese Exalted, wenn die einen Tick schlechter zum Beispiel waren, als das, was ich gerade trage, habe ich die weggeschmissen oder so oder beim Schmied verwertet. Aber man muss auch mal solche Dinge aufheben, damit man die dann verschmelzen kann mit den Uniques. So, und das war's. Das waren erstmal zehn Tipps. Ich hoffe, die haben euch geholfen. Ich werde Last Epoch heute streamen. Könnt gerne vorbeischauen auf meinem Twitch-Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal, dass die Server aushalten. Das wünsche ich mir auch, wobei ich im Offline-Modus direkt starten werde, nämlich zocken kann. Das ist Tipp Nummer 11. Startet vielleicht im Offline-Modus, wenn ihr eh Solo spielen wollt. Dann seid ihr von den Servern nicht abhängig. Ja, das war's. Also haut rein. Viel Spaß beim Spielen. Ja, das war's. Also haut rein. Viel Spaß beim Spielen.